ah verdammt muss ich da eigentlich genau drücken muss ich mal gucken anscheinend nicht wollte ich nur mal austesten damit ich jetzt nicht in einer gefährlichen situation austesten muss ja ich weiß was das spiel ist echt brutal was wieso kommen da jetzt auf einmal zwei raus das ist ja bullshit ich habe nur einen gesehen ja finde ich echt ein bisschen unfair total damit kann ich echt nicht leben und ich bin bald level 2 super und für dich werde ich meine bp nicht verschwenden du wurm du ah verdammt man ich wollte noch ein level ab erreichen hoffentlich kommt jetzt noch ein gegner bitte 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 was ist das hier nein ich will noch nicht zum goomba könig ich will jetzt noch ein leid ein weiteres level erreichen das ist jetzt ein bisschen doof gefällt mir ich nicht hoffentlich sind die wieder da so wie ich das auch schön das ist cool das cool habe ich glaube dann habe ich das letzte mal ausgelassen oder und ich könnte glaube ich auch verstehen wieso obwohl jetzt kann ich ja die ganze zeit den powersprung verwenden denn da vorne kann ich ja wieder aufladen also kann ich damit leben tja ihr könnt mir nicht mehr standhalten ich bin jetzt der power mario und level up cool so mache ich jetzt ich weiß nicht ich glaube ich habe bp weil habe ich ja noch nicht so viel von und die powersprünge sind ja schon ziemlich gut also gut dann treten wir den goomba könig mal in den arsch wenn falls der einen hat ja aber nur falls er einen hat ich bin mir nicht so ganz sicher na klar so wie ich dann noch mal drauf rein falle so was mal ausprobieren oh mein gott wer hätte das gedacht ich lass dich mal da alleine und es ist auch wenn wir dunkel geworden wieso auch immer wahrscheinlich sind wir in einer wöhle ja mit dem himmel obendrauf gezeichnet wo sehr die blätter fallen runter das cool ja das ist ein durchaus eindrucksvolles gebäude definitiv oh mein gott was kommt da was kommt da für ein dämon ich weiß es nicht oh mein gott nein mario es ist also war du hast es bis hierher geschafft dafür verdienst du respekt und glücklicherweise kommst du keinen schritt mehr weiter weil ich der große und mächtige goomba könig dafür sorge tragen werde dass deine abenteuer hier ein jes ende findet hast du gehört mario nicht einen schritt weiter hast du angst kleiner mann nein habe ich nicht werde ihn jetzt zusammen schlagen und ein sie springen einfach runter oh wie fett der ist ist ja übertrieben hey mario ich glaube du sollst zuerst den goomba bruder nein sagt mir nicht was ich tun soll so ich werde nämlich jetzt das hier machen bams genau das sollte man nämlich machen so jetzt kannst du nämlich noch scannen und das ist der goomba könig er ist wirklich groß ich meine sie ihn dir doch auch an er ist auch sehr stark maximale kapitel 10 angriffskraft 1 verteidigung 0 er ist der boss des roten und blauen goomba aber wen kümmert seine kraft du bist viel stärker ja so sehe ich das auch ich bin nämlich der stärkste hier ich bin der stärkste im knast oh nein er hat den trick auch raus ach da kann ich nochmal machen ach ich gehe kein risiko ein und ich habe ja genug pp und er hat mir ins gesicht getreten sonnenarsch okay den habe ich ein bisschen geohnt also boah übertrieben wahrscheinlich sollte ich jetzt erst ein level abbekommen aber ich habe ihn schon früher bekommen denn ich bin cool so was sollen wir jetzt machen er kommt wieder zurück okay lasst mich doch rein unfair ich habe doch gewonnen und hier sind irgendwie ein paar grafik bugs oh cool aber was tut der wohl ich weiß es nicht äh ist hier noch was vielleicht am baum da kamen noch die ganze zeit so blätter runter ach wie cool haha nicht schlecht obwohl ich weiß immer noch nicht wofür die gut sind die bugs nerven langsam ein bisschen also was passiert wohl oh mein gott der schalter hat den goomba aktiviert oh nein oh oh was passiert da fällt die bug jetzt auseinander oder was anscheinend doch die arme burg boah scheiß grafik bug okay was macht der denn da wieso ist der überhaupt da hoch gekommen und wie ist eigentlich die frage okay wir holen dich bald wieder ab okay auf zum background ich hole dich guck mal könig natürlich nicht dich interessiert doch gar wo sind überhaupt die anderen ach ich verprügel die gerade ne also ja ist hier noch was ich glaub nicht doch hier ach schade mein gott du sollst echt mal lernen hier bezäunen springen zu können wäre echt nützlich ja aber Münzen sind auch gut oh nein Kamekupa oh nein oh mein gott er hat uns beobachtet das geht ja überhaupt nicht okay das war dann Episode 3 und dann bis zum nächsten Part tschau tschau tschau